Ein Tag der offenen Baustelle. Am Anga 22 und 24 investiert die Neuwoba in 18 neue Mietwohnungen. Gesamtkosten 2,5 Millionen Euro. Unterstützt wird die Maßnahme durch das Bauministerium. Ca. 800.000 Euro erhält die Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft als Fördermittel aus dem Programm Wohnungsbausozial. Dadurch entstehen hier Wohnungen für einkommensschwache Haushalte mit einer Netto-Kaltmiete von 5,5 Euro pro Quadratmeter. Zur Baustellenbesichtigung treffen viele der neuen Nachbarn nun zum ersten Mal aufeinander. Die Vorfreude ist groß. Ich finde das von der Neuwoba eine ganz tolle Sache hier, so eine Wohnung entstehen zu lassen. Auch für Leute, die nicht so doll bemittelt sind und die auch so eine Chance bekommen, so eine wirklich schöne neue Wohnung zu kriegen. Ich finde es ganz toll und ich finde auch heute hier diese ganze Eröffnung oder Begehung dieser Baustelle hervorragend. Es entstehen insgesamt 1046 Quadratmeter Wohnfläche modernsten Formats. Barrierefrei, energieeffizient und mit dem Assistenzsystem Smart Home ausgestattet. Digital lassen sich Beleuchtung und Raumtemperatur steuern. Der automatische Wasserstopp schützt vor Wasserschäden. Ein elektrischer Türspion erhöht das individuelle Sicherheitsgefühl. Nur einige von vielen Möglichkeiten, die das Assistenzsystem bietet. Ja, ich finde das total spannend. Ich finde das total gut gelungen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ich bin beeindruckt von dem, was hier mit kleinen Mitteln auch tatsächlich geschaffen wurde. Und gerade das Thema Sicherheit im Wohnbereich, gerade eben dann auch für ältere Leute, das ist fantastisch gelungen. Und was ich eben auch merke, die Freude und die Begeisterung der Leute, die hier einziehen wollen. Und die Warteliste ist lang. Der Einsatz von Smart Home in neu gebauten Wohneinheiten ist für die Neuwoba ein Pilotprojekt. Sofern sich das System in der Handhabung bewährt, könnte es auch in anderen Wohnungsbeständen zum Einsatz kommen. Fest eingeplant ist die Technologie in zukünftigen Neubauprojekten. Hier profitiert zunächst eine ältere Mieterschaft. Dem Genossenschaftsgedanken Rechnung tragend, allen Mitgliedern lebenslanges Wohnen zu ermöglichen, unabhängig von Alters- und Einkommensstrukturen. Die Zielgruppe, die wir jetzt hier im Fokus haben, sind unsere Genossenschaftsmitglieder, teilweise der ersten Stunde, die so viele Jahre schon mit uns einen gemeinsamen Weg gegangen sind. Und wir bieten Ihnen hiermit die Möglichkeit, in Ihrer angestammten sozialen Umgebung auch alt zu werden, älter zu werden oder vielleicht noch älter zu werden. Kleinere Restarbeiten sind auf der Baustelle noch zu erledigen. Doch der Einzugstermin rückt näher. Schon am 2. August ist Schlüsselübergabe.